Der Wechsel von einer unbefristeten Vollzeitstelle auf eine befristete Teilzeitpromotionsstelle zu Beginn meiner wissenschaftlichen Laufbahn war aus heutiger Sicht sicherlich ein Wagnis, das ich damals aber gar nicht als solches empfunden habe. Ich hatte immer das Vertrauen, dass sich berufliche Anschlussmöglichkeiten ergeben. Wie ich für viele im wissenschaftlichen Bereich tätige, war die wissenschaftliche Laufbahn auch für mich mit mehreren Wechseln des Arbeitsorts innerhalb Deutschlands verbunden. Das bedeutete für viele Jahre Fernbeziehung und Wochenendpendeln. Diese Lebensweise ist für eine Beziehung natürlich immer auch ein Risiko und eine Belastung. Darum bin ich froh, dass meine Frau mir sofort hier nach Tübingen folgen konnte.